Wir, Du, Natur. Dein Podcast für sanfte Medizin. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Wir, Du, Natur. Deinem Podcast für sanfte Medizin. In der heutigen Folge haben wir wieder zwei spannende Heilpflanzen für euch mitgebracht. Zum einen ist es die Weinrebe und zum anderen die Esche. Mein Name ist Benjamin Hartlebe, ich bin Osteopath und Heilpraktiker. Und mit mir am Mikrofon ist wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emmerich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Ja Peter, die Weinrebe ist ja die Heilpflanze des Jahres 2023. Jedes Jahr wählt der Naturheilverein Theophrastus die sogenannte Heilpflanze des Jahres aus für das Jahr 2023. ist es die Weinrebe geworden und bereits der bekannte heilkundige Paracelsus hat ja schon gesagt, dass der Weinstock besonders in seinen Früchten und Kernen und auch in den Blättern eine Fülle heilkräftiger Stoffe für den Menschen bereithält. Und so haben wir uns gedacht, Peter, dass wir heute auch ein bisschen intensiver auf die Weinrebe eingehen. Und was wissen wir denn aus heutiger medizinischer Sicht über die Weinrebe? Ja, die Weinrebe, die ja auch botanisch den Namen Vitis vinifera trägt, ist eine der wichtigsten Obstpflanzen der Welt. Mittlerweile kennen wir 2000 unterschiedliche Sorten. Das ist ja absolut Hammer. Überleg mal, 2000 unterschiedliche Sorten. Und die Beeren, die die Weinrebe hervorbringt, ja, aus denen wird ja der leckere Wein gemacht. Man sagt ja auch früher schon Blut der Götter oder Blut der Erde. Und schon in allen Ägypten, die Ägypter waren ja uns weit voraus, findet man heute auf Grabfresken Hinweise auf den Weinanbau und die Kälterei. Ja, und du sagtest ja, der Hippokrates hat es schon erwähnt. Nein, du sagtest Paracelsus. Genau. Und ich sage, Hippokrates hat es ja auch schon erwähnt. Denn Hippokrates schätzte den Wein bei seinen Patienten schon als heilkräftigendes Mittel bei Herz-Kreislauf-Störungen und bei Darmverstimmung. Du musst dir mal überlegen. Das waren ja so vor knapp 3000 Jahren. Und in der Tat wissen die Wissenschaftler schon so 7000 Jahre, so vermutet man, hat man in Palästine, in Syrien und in der Ägäis aus der Wilden die edlen Weinreben gezüchtet. Also es war schon ein langer Prozess, bis man nun diese 2000 verschiedene Sorten beieinander hatte. Der Weinstock als solcher kann in der Tat 150 Jahre alt werden, gehört zu den Weinreben-Gewächsen, den Vita-Zee und erreicht in der Regel als Kletterstrauch eine Höhe von 30 Metern. Das ist ja ganz beachtlich. Und was die Wissenschaft heute alles hervorbrachte, sind die Inhaltsstoffe. Wir haben die Flavonoide, die Gerbstoffe, die Polyphenole, die Fumarsäuren. Das sind alles die Stoffe, die dazu beitragen, dass unsere Gefäße sauber bleiben, Antioxidant sind, die die Gefäßwände schützen. Dann interessanterweise haben wir einige Enzyme und aber auch die Aminosäuren Arginin, die den Blutdruck senkt, und Lysine, die ja bekanntlich antivirale Eigenschaften besitzt. Also du siehst, der alte Hippokrates, dazu natürlich nahezu 2000 Jahre später, der Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Das waren genauso kluge Köpfe, wie wir sie heutzutage leider sehr vermissen. Denn die Beobachtung zu Zeiten, als man noch nicht die Labortechnik hatte, um die Inhaltsstoffe präzise zu beschreiben, wie zum Beispiel, dass auch in der Weinrebe Vitamin B1, das ganz, ganz wichtig für den Herzmuskel ist, oder B2 oder auch B3, B5, Vitamin C, Biotin, das Biotin des Schönheitsvitamin, auch Vitamin H genannt. Das sind all die Dinge, die die damals einfach durch Beobachtung herausgefunden haben. Der Wein hält die Haut gesund, ja, die Mineralien, Silicea, sehr wichtig für das Bindegewebe, Calcium für den Knochen, Magnesium zur Entkrampfung der Muskulatur, natürlich auch das Eisen, aber auch Lithium findet man in der Analyse, oder Selen zur Entgiftung der Zelle, gerade das Enzymglutathionperoxidase benötigt ja Selen, aber auch Bohr. Ja, und das sind genau die Dinge, die ich einfach immer wieder faszinierend finde. Das heißt also, gerade bei einer wiederkehrenden Entschündung oder chronischen Entschündung im Magen-Darm-Traktes, das kann man erfolgreich beispielsweise mit dem Reben-Mazerat aus der Weinrebe kurieren. Also, die Weinrebe in der Chemotherapie, eines der wichtigsten Mittel für diese chronischen Darmerkrankungen, aber auch bei Rheuma, Gelenkserkrankungen, Überschießen, Gewebsreaktionen wie zum Beispiel Wucherungen oder die Warzen. Warzen, hast du gehört, dass schon mal jemand an der Warze starb? Nee, ne? Es ist nur eine wirklich ekelhaft anzusehende Erkrankung, so eine Warze, vor allem, wenn man sie an den Händen hat. Die Betroffenen wollen dann dem Gegenüber die Hand nicht reichen oder Warzen im Gesicht auch nicht sehr ertritt. Also, Warzen sind Virusinfektionen, das wissen wir heutzutage, aber sie bringen uns nicht um. Und der Wein schützt interessanterweise unsere Leber und manche behaupten sogar vor einem Leberkrebs. Also, nicht umsonst hat man die Weinrebe als die Heilpflanze des Jahres 2023 gekürt, vornehmlich nach diesen drei Jahren der Corona-Pandemie, wo doch manche Infektionen nun mittlerweile aufdrehen und nicht mehr weichen wollen. Nur noch mal so zur Klarstellung, Peter. Man liest ja auch immer wieder, dass Rotwein, ein Glas Rotwein am Abend oder am Tag, sehr, sehr gut für die Gefäße und das Herz sein soll. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, empfiehlst du, die Weinrebe oder die Heilwirkung des Weines oder der Weinrebe als Gemomazerat anzuwenden? Ja, Benjamin, das eine ist tatsächlich die Weinbeere, die hier von Hippokrates und Paracelsus beschrieben worden ist, mit den Inhaltsstoffen. In der Gemotherapie haben wir die Knospen. Und genau die Knospentriebe beinhalten ja alle diese Bausteine und Inhaltsstoffe, die ich hier Granant habe, in höchster Konzentration, sodass wir hier auch ein Signal setzen. Das heißt also, in der Gemotherapie haben wir die Energie, die sich in einem Trieb, in einer Knospe, in einem neuen Blatt, in einer Wurzel, die ja der Aussprost beinhaltet, sozusagen als therapeutische Anwendung. Und deswegen können wir sowohl das eine als auch das andere erfolgreichen Praxisalltag einsetzen. Also die Heilwirkung der Weinrebe am besten als Gemomazerat. Aber Peter, gibt es auch ein homöopathisches Präparat? Ja, natürlich. Vitis vinifera kennen wir auch in der Homöopathie. Es ist ein seltenes, ein kleines Mittel. Aber auch da kann man es ohne Alkohol, zum Beispiel in Form von Tabletten oder Globuli, zu sich nehmen. Ja, in der Vorbereitung zu dieser Folge, Peter, habe ich gelesen, dass die Weinrebe von Hippokrates vor allem auch zur Behandlung bei Frauenleiden eingesetzt wurde. Ja, genau. Benjamin, gerade bei so Gebärmuttermyome, was ja auch meistens so gutartige Buche um das Schleimhaut sind, oder bei Eierstockzysten, können wir auch die Weinrebe heutzutage erfolgreich einsetzen. Wir haben tatsächlich auch Frauen, die eine ausgeprägte, starke Menses haben. Und da kann man die Harmonisierung der Hormone mit der Phytotherapie, als aber auch als Gemotherapie, den Hormonstatus so normalisieren, sodass keine Unterdrückung stattfindet, eine Harmonisierung. Und das fasziniert mich immer wieder, wenn man weiß, welche Halbpflanze in welchem Ausmaße bei welcher Dissonanz im Organismus erfolgreich eingesetzt werden kann. Kannst du dich an einen Fall aus deiner Praxis erinnern, bei dem du die Weinrebe erfolgreich anwenden konntest? Ja, gerade Warzen sind ja so ein leidiges Thema. Und da erinnere ich mich an einen jungen Mann, den nennen wir jetzt einfach mal Max oder Moritz, das ist mir egal, der hatte seit dem 13. Leben sei immer Warzen. Und mittlerweile war er 17 und kam dann und seit einem halben Jahr beobachtete er an drei Fingern seiner rechten Hand Warzen. Und bei Berührung haben die ihm wehgetan. Also richtiger Schmerz, wie so ein stechender Schmerz, wenn er da drankommt. Das hat ihn natürlich fürchterlich gestört. Und mit seinen 17 Jahren, und das ist dann auffallend an diesem Fall, deswegen habe ich diesen jetzt kurz hier herausgesucht, seit knapp zwei Wochen leidet er unter blutenden Hämorrhiden. Also Hämorrhiden bei Kindern oder bei Jugendlichen sehr selten. Mit diesem Beschwerdebild kommt er also zu mir in die Sprechstunde. Ich habe nur kombiniert, Warzen und Hämorrhiden bei einem jungen Menschen, das wäre eigentlich so eine Hämorrhide, die sich ja deftig prall gefüllt, fünf große Trauben ähnlich am After sich zeigend, war die Assoziation nach der Signaturenlehre von Paracelsus auf die Weinrebe. Ich gab ihm also das Weinrebenknospen-Gemotherapeutikum mit anfangs viermal täglich 20 Tropfen über sechs Wochen. Und nach drei Wochen ruft er schon an, dass er drei Tage nach der ersten Anwendung die Hämorrhidalknoten rasch abgeschwollen seien. Sie schmerzten nur noch wenig nach der morgendlichen Stuhlentleerung. Nach einer Woche war sozusagen der ganze Hämorrhidalspuck weg. Das hat ihn sehr beeindruckt. Weil bei seinem Vater, der auch Hämorrhiden hatte, war das häufig viel länger, zog sich hin, und manchmal musste der sogar operiert werden. Und dann ging er einfach in der Dosierung zurück, zweimal täglich 20 Tropfen. Und als die Flasche leer war, war für ihn alles gut, denn die Warzen waren verschwunden. Ungefähr ein halbes Jahr später treffe ich ihn zufällig auf den Markt. Und der Strahlter bedankte sich bei mir, dass die Warzen ohne chirurgische Intervention restlos verschwunden seien, was er früher immer wieder über all die Jahre chirurgisch hat wegschneiden lassen. Offenkundig hat also die Weinrebe das Immunsystem dieses jungen Mannes gestärkt, gekräftigt. Infolge der Inhaltsstoffe haben wir eine Stabilisierung hingekriegt, dass das Immunsystem auch antiviral vorging gegen diese Warzen. Und in der Tat ist es beeindruckend. Und wenn man jetzt fragt, was kann jemand, der Warzen hat, tun, dann würde ich ihm, wenn er die sanfteste Methode wünscht, vielleicht schon mal Thuja aus der Homöopathie angewandt hat, nicht zum Erfolg führte, dann das Schöllkraut, das ja auch bei uns im Garten wächst, können wir, die Schöllkraut ist ja das Pflänzlein, das, wenn man ein Blatt abreißt, so eine gelbe Flüssigkeit voraustritt. Und die schmiert man dann auf die Warze drauf. Wenn auch das nicht hilft, dann vielleicht die Weinrebe. Also, du siehst, Benjamin, die Weinrebe hat in allen Bereichen eine unheimlich große Bedeutung. Nicht nur, dass wir uns an den 2000 verschiedensten Sorten laben können, ob Weißwein, Rotwein, Rosé oder was auch immer da auf den Markt kommen oder noch kommen wird. Sondern es ist seit 7000 Jahren eine Wissenschaft par excellence. Super, Peter. Ja, vielen Dank für diese Erklärung. Ja, da wir jetzt schon sehr weit fortgeschritten sind in der Zeit dieser Folge und so ausführlich über die Weinrebe gesprochen haben, werden wir die Esche einfach in der nächsten Woche besprechen. Ja, die Idee ist genial, Benjamin, so machen wir das glatt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche, wenn es dann um die Esche geht. Tschüss. 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 Die Erkrankungen können nur einen allgemeinen Charakter haben. Sie ersetzen nicht die fachkundige Untersuchung und Behandlung durch deinen Arzt. Bitte wende dich bei anhaltenden Beschwerden an den Arzt deines Vertrauens. Nur auf diesem Wege kann die geeignete Therapie für dich gefunden werden.